Servus zusammen, herzlich willkommen zurück in Crown Falls, anno 1800, ein neuer Tag beginnt, die Sonne wird gleich aufgehen und ich habe das Spiel jetzt wirklich mal eine ganze Weile einfach laufen lassen, bin weggegangen vom Rechner, habe andere Dinge getan und jetzt schauen wir mal, ob die Bedürfnisse endlich mal befriedigt sind hier. Also, und ich sehe schon auf den ersten Blick, Zigarren wird zu einem Problem, ist ja wunderbar, ist ja nicht so, dass ich da nicht schon stundenlang drangesessen wäre und dass Zigarren, die Zigarren-Situation irgendwie angegangen wäre, was haben wir denn hier, Segelschiff, Werften, Beeinflussungen, Piratenfregatte kann man bauen, habe ich zwar schon, darf trotzdem die Stadt betreten. So, aber, wie schaut es mit dem Rest aus? Glühbirnen, stabil und vor allen Dingen die Geschichten hier, Schmuck, Taschenuhren, Hochräder, das waren ja die drängenden Probleme, die ich versucht habe, in den letzten Folgen irgendwie in den Griff zu bekommen und das sieht tatsächlich ganz gut aus, auf den ersten Blick zumindest. Glühbirnen, das ist kein Problem mehr, plus 5 haben wir sogar Schmuck, naja, krebst halt immer noch irgendwie so auf dem untersten Level rum, obwohl ich jetzt wirklich eine ganze Menge aus Giesing abtransportieren lasse. Vielleicht muss ich da tatsächlich nochmal ein weiteres Schiffchen durchschicken. Was machen die mit dem ganzen Schmuck, wie kann man den Schmuck eigentlich verbrauchen? Also deren Schmuckkästchen müssen ja bis zum Bersten voll sein und ich meine, das ist ja kein Produkt, was man in dem Sinne konsumiert. Jeder hat irgendwie 10 Finger, da kann er sich von mir aus an jeden einen Ring stecken und sich 50 Halsketten umhängen, aber irgendwann ist ja mal gut. Was machen die mit dem ganzen Schmuck, frage ich mich. Oh, das ist schon wieder runtergegangen, ich könnte echt kotzen, Leute. Das ist undankbares Pack. Kaffee kommt hier rein ohne Ende. Also reicht es immer noch nicht mit dem verdammten Schmuck, das darf ja echt nicht wahr sein, okay. Zigarren müssen wir gleich mal drauf schauen und ich glaube, das mangelt aber tatsächlich an Tabak. Also ich fürchte, wir werden tatsächlich ein paar Tabakplantagen hochziehen können. Naja gut, das ist immer noch. Der Mindestlagerbestand, auch hier wieder. Ah, da habe ich nicht drauf geachtet. Den ziehen wir mal runter auf 100, weil das betrifft ja normalerweise, denke ich, auch meine Handelsschiffe, oder? Also die laden halt keinen Schmuck ein, wenn der Mindestlagerbestand dann unterschritten wird. Sehe ich das richtig? Hochinteressant. Habe ich tatsächlich übersehen. Das dürfte der Fehler gewesen sein, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass das Problem damit hoffentlich gelöst sein wird. Ja, ich habe jetzt wirklich jede Menge Transportschiffe auf eine Route gesetzt, wo halt der Schmuck da rüber geschippert wird. Also das sollte passen, denke ich. Ähm, Moment, da wollte ich nochmal kurz hinrouten. Hier zum Beispiel, da habe ich nochmal so ein großes Schiff mit draufgepackt. Ich denke mal, der hat einfach nicht geladen. Ja, gut. Na schön, dann heißt es jetzt wieder ein bisschen abwarten, aber ich denke mal, das Problem sollte ja gelöst sein. Aber Zigarren müssen wir trotzdem, da haben wir zwar eine hohe Produktion, aber da habe ich es jetzt einfach ein bisschen übertrieben mit der Produktion. Oh, hier drüben, die Hochöfen, Hochöfen sind hochgegangen. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt einfach wieder für mehr, ähm, Tabak, den Rohstofftabak sorgen. Tabakblätter. Wo bleibt die Feuerwehr? Ist die außer Reichweite? Ne, die ist im Einsatz. Ah, hier drüben sind sie, okay. Also, ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht Händchen halten, die werden das hinkriegen. Ist eh schon gelöscht, oder? Muss man nur renovieren. Sehr gut. Okay. Das passt also soweit. Hm. Schauen wir mal nach dem Tabak. So. Ähm, Holzfurnier sollte überhaupt gar kein Problem darstellen. Da sind wir auf Anschlag im Lager, aber wir haben keinen Tabak mehr tatsächlich. So, dann gibt es ja nur zwei Optionen. Entweder das Zeug wird nicht abtransportiert, oder aber, oh, es sieht tatsächlich danach aus, als würde nicht genügend produziert werden. Was dümpelt der hier eigentlich noch vor sich hin? Der hat hier nichts zu tun. Den schicken wir mal in die alte Welt. Okay. Ähm. Tabak. Wo haben wir denn den ganzen Tabak? Das sind die Bananen. Hier ist Tabak. Mit Traktoren haben wir da, glaube ich, noch nichts gemacht, oder? Auf der ganzen Insel noch nicht. Das wird natürlich auch ein bisschen eng. Kriegen wir hier mit der konventionellen Methode überhaupt noch was reingequetscht? Also Anbaufläche ist eigentlich... Das sieht nicht gut aus. Ne. Schauen wir mal hier rüber. Und ich meine, wir haben ja jetzt... Was haben denn eigentlich die anderen neu dazugewonnenen Inseln, die wir kürzlich besiedelt haben? Hier könnte man auch noch Tabak ziehen. Hier nativ zumindest nicht, aber man könnte natürlich mit einem Item dafür sorgen, durch entsprechendes Saatgut. Und hier drüben haben wir auch noch Tabak. Ach, sieh mal einer an. Das habe ich noch... Uh, ganz vergessen. Okay, machen wir erst mal das vielleicht. Ähm. So, da hatte ich doch hier noch Rohstoffe hingeschickt, um noch die letzten Goldreserven anzuzapfen. Weil das jetzt auch nicht notwendig sein wird. Sparen wir uns vielleicht die Arbeitskraft? Macht das Sinn? Ich glaube, das macht schon Sinn, oder? Und bei Bedarf kann ich die Minen ja immer noch anzapfen. Aber ich glaube, jetzt aktuell brauchen wir es einfach nicht. Hier muss auf jeden Fall noch ein Pendlerkai hin. So. Ähm. Ich denke mal, am einfachsten wäre es tatsächlich, hier noch irgendwo Tabak anzubauen, oder? Was baue ich denn hier eigentlich alles an? Also eigentlich im Grunde nur die Versorgung für dieses kleine Städtchen hier. Andererseits, nee. Nehmen wir lieber eine von den anderen Inseln hier. Wenn wir hier sowieso Tabakfruchtbarkeit haben und jede Menge Platz, dann nehmen wir die hier noch für weitere Tabakplantagen. Ähm. Wie machen wir es denn? Hier wird es sowieso, also das wird der ja niemals voll kriegen. Schmeißen wir hier einen raus. Schicken den stattdessen auch noch hier vorbei. Und dann darf der hier auf jeden Fall dann Tabak einladen. Und hier ausladen. Und ich glaube sogar, den können wir ihm auch noch wegnehmen. Genau. Mehr Tabak, weniger Gold. Entladen. Und wenn wir es dann nicht abtransportiert bekommen, dann setzen wir einfach noch einen zweiten Klipper hier drauf. Kein Problem. Okay. Das passt. Das heißt, wir machen mal Licht an. Gut. Hier werden wir eine weitere Tabakinsel entstehen lassen. Arbeitskraft. Das sieht noch alles ganz gut aus. Der hier hat Baumaterialien dabei. Da dürften wir zumindest schon mal ein bisschen was damit anstellen können. Okay. Baumenü auf. Tabak. Wo haben wir sie? Die Zigarren brauchen wir hier. Tabak kostet 10 normale Arbeitskraft und 10 Bretter. Gut. Das. Da können wir direkt schon mal in weiser Voraussicht weitere Schiffchen losschicken mit einer weiteren Lieferung. Bretter. So. Einmal voll machen und einmal hier runter fahren. Okay. Dann gehen wir es an. Hier können wir uns ja ordentlich ausbreiten. Keinerlei Platzprobleme. Dann fangen wir gleich hier unten im Hafengebiet an. 1, 2, 3, 4, 5. Mehr können wir eh mal nicht bauen. Für den Anfang. Direkt noch ein Lagerhaus dazu. Und nur um das so ein bisschen abzutrennen hier direkt mal in die Straße und dann ziehen wir uns hier die Felder rein. Natürlich unter Ausnutzung des gesamten Platzes hier. Von mir aus freigegeben. Schauen wir mal, was die Presse zu sagen hat. Ich hoffe doch nur gute Berichterstattung. Und natürlich schreiben sie über das negative. Invasive Investitionen. Anteile. Das dürfte schon erledigt sein. Paradies auf Erden. Okay, also alles gut. Raus damit. Hier brauchen wir noch ein paar weitere Felder. Und dann läuft das. Ja, ich habe halt jetzt in der letzten Zeit so viele von den Zigarrenmanufakturen dahingestellt. Und auch diese Holzfurnierproduktion so hochgeschraubt, dass irgendwann der Tabak einfach alle war. Und dann muss man da eben wieder ansetzen. Das ist eh da pure Wahnsinn, wenn man so eine Inselwelt so lange besiedelt und bespielt, wie viel man da zu tun hat. Also vor ein paar Folgen war ja noch einfach so das kleine Zwischenziel mal auf 100.000 Einwohner zu kommen. Und das hat jetzt, das nimmt einfach kein Ende. Die Ressourcen werden wieder aufgebraucht und du fängst gefühlt, oh Gott ist der langsam, 10.000 Mal wieder von vorne an. Darfst alles, die sämtliche Produktion wieder hochfahren und also, brutal. Das geht vom Hundertsten ins Tausendste. So, jetzt würde ich die Bretter gerne schneller transportieren, aber jetzt habe ich das Luftschiff natürlich nach Hause geschickt. Da ist auch kein weiteres mehr vorhanden hier. Wo ist er hier? Ach, er ist eh hier vor Ort. Der ist ja bekanntlich ein bisschen schneller, dann soll der auch zumindest nochmal 50 Bretter einladen. Geht vielleicht ein bisschen schneller vonstatten dann. So, mach dir auf die Socken. Wir brauchen Tabak. Und wenn wir das Problem jetzt gelöst haben, plus das Transportproblem mit dem Schmuck, dann können wir tatsächlich endlich mal in der nächsten Folge an der Stadt weiterbauen, weil darum ging es ja eigentlich ursprünglich mal irgendwann. So, okay, das kann ein bisschen dauern. Schauen wir mal, ob jetzt schon genügend Schmuck hier drüben ankommt. Ob meine Vermutung richtig war. Das ist auf jeden Fall ein Schmuckschiff. Der hat schon abgeladen. Schauen wir mal. Zufriedenheit, das schaut gut aus. Und wo ist der Schmuck? Okay, jetzt fühlt sich das endlich. Und auch sichtbar. Also plus 6, das ist gut, denke ich. Plus 3 bei den Glühbirnen. War ja auch ein Problem. Hochräder nehmen wir schon wieder ab. Verdammten Hochräder. Aber Stahl ist genügend da. Und was brauchen die Hochräder sonst noch? Kautschuk. Da haben wir ja auch schon eigentlich in der letzten oder vorletzten Folge ordentlich was dafür getan, das hier, aber es ist ja auch immer noch ein Problem, der Kautschuk. Oder das Kautschuk. Oder wie auch immer. Aber gut. Das läuft schon soweit. Schauen wir mal, dass wir beim Tabak bleiben. Wir werfen nur aber mal einen kurzen Blick hier rein, zwecks dem Kautschuk. Das ist dann wahrscheinlich das nächste, wo wir hier in der neuen Welt was tun müssen. Damit das schön weiterläuft. Plus 900 Einheiten eingelagert. Ist jetzt natürlich auch nicht die Welt. Weiß gar nicht, wo haben wir denn die Kautschukproduktion? Natürlich auch keinen blassen Schimmer. Hier ist sie, glaube ich, nicht. Eher hier unten. Und wie schaut es da aus mit dem Abtransport? Geht vonstatten. Hätten wir hier noch die Option, mehr Kautschukplantagen hochzuziehen? Auch nicht wirklich, würde ich sagen. Wenn wir jetzt ganz viel Glück haben. Und wir haben ganz viel Glück. Okay, das können wir tatsächlich dann auch noch hier unten angehen. Dass wir hier auch noch mehr Kautschuk anbauen. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist vielleicht gar keine so doofe Idee. Ja, ich glaube, das machen wir. So, und für den Abtransport... ...haben wir noch Frachtschiffe mit Sicherheit. Ja, klar. Die Ave Maria. Okay, ein bisschen umdisponieren nochmal. Wo ist die Handelsroute? Und zwar suche ich... Wir sind schon in der neuen Welt. Okay, passt. Genau, die hier. Dann machen wir das Dach nochmal ein bisschen anders hier. Wir lassen den Fokus hier auf dem Gold. Und ziehen uns nochmal eine neue Handelsroute hoch. Setzen da die Ave Maria drauf. Und die ist dann nur dafür zuständig, Tabak und Kautschuk zu transportieren. So, das machen wir mal so. Dann richten wir uns noch eine neue Route ein. Einmal von hier nach da. Direkter Weg. Tabak. Tabak. Und... Zweimal Kautschuk. Genau. Schiffchen muss noch drauf. Also, das ist glaube ich schon ein bisschen sinnvoller. Ave Maria. Packen wir drauf. Und ab dafür. So, das läuft schon mal. Jetzt sind hier die ganzen Bretter angekommen. Der ist auch da. Und damit können wir jetzt hier alles schön erstmal vollkleistern. Mit mehr Tabak und mehr Kautschuk. Dann sollte das Problem hoffentlich erstmal gelöst sein, soweit. So. Brauchen wir ein bisschen Licht. Früher, morgen. Bauen wir die Sachen hier mal fertig. Bauen wir die Tabakproduktion noch direkt ein bisschen aus. Also direkt alles ein bisschen... Ein bisschen mehr hochfahren, als eigentlich notwendig wäre. So. Hier mal irgendwie, wenn es geht, um das Lagerhaus herum. Na, noch mehr Licht. So. Besser. Dann füllen wir den ganzen Bereich hier auf. Das Lagerhaus könnten wir eigentlich schon mal fertig bauen. Das hier drüben bauen wir auch noch fertig. Ja, und bei Bedarf könnten wir hier tatsächlich auch noch mit Traktoren arbeiten. So ist es ja nicht. Ich glaube, wir haben... Ja, wir haben so 21 Ölquellen haben wir auf der Insel sogar. Nicht schlecht. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Andererseits sehe ich in der Traktorgeschichte jetzt hier... Also solange wir einfach genügend Platz haben, genügend Land, jetzt nicht die unbedingte Notwendigkeit. Deswegen machen wir das hier einfach mal ganz normal, konventionell. Mit der schönen, alten, traditionellen Anbaumethode. Da freuen sich auch doch... Freuen sich doch auch die Arbeiter. Wenn nicht alles so modernisiert wird. Mit dem neumodischen Kram wie Traktoren. Völlig verrückt. Das hier bleibt richtig schöne, traditionelle Handarbeit. So. Und dann haben wir Ziegel, haben wir vorhanden. Dann können wir die Straßen noch ein bisschen aufbessern. Und in die Richtung machen wir mit Tabakanbau weiter. Hier kommt auch noch eine bessere Straße rein, damit das schneller abtransportiert wird. So, dann Zigarren und Tabak. Und weiter geht's. Das sollte erstmal reichen für das Erste, hoffe ich doch. Ja, ich meine ursprünglich habe ich mir die Inseln ja erobert, um einerseits mehr Arbeitskraft zu gewinnen und andererseits mehr Gold abbauen zu können. Aber spätestens mit der Tabakgeschichte wäre ich sowieso gezwungen gewesen. Also weil ich einfach... Die anderen Inseln, die ich bislang hatte, da sind die Anbauflächen halt einfach komplett erschöpft. Obwohl ich da auch schon relativ viel mit Traktoren und dem ganzen Kram gebastelt habe. Irgendwann braucht man halt einfach mehr Platz. Das liegt in der Natur der Sache. Und haben ist ja bekanntlich besser als brauchen. Ja, was passiert denn hier schon wieder alles? Lieferaufgabe von Karl Leonard. Ist da irgendwas von Belangen dabei? Epischer Gartenbauer. Kautschu... Oh, da sind wir ja gerade dran. Sollen wir das vielleicht machen? Das ist gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, ich nehme es mal an. Wobei es eine Lieferaufgabe ist. Es stinkt langweilig. Wenn es eine Abschlussaufgabe gewesen wäre, wäre okay. Aber die Items, die kriege ich auch so irgendwo her. Außer, sagen wir es mal so. Wir sind nicht unbedingt beste Freunde. Das wäre ja noch schöner, wenn ich dem Gefallen tun müsste. So. Dann, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, eine geht noch, oder? Arbeitskraft, das ist alles noch kein Problem. Ja, bevor wir dann in zwei Folgen wieder... Also zwei Folgen später wieder dran sitzen. Machen wir es doch lieber jetzt einmal vernünftig hier. Und noch mehr Tabak. So, reicht der Platz überhaupt noch für die drei Tabakplantagen? Naja, ich denke schon. So. Dann einmal die Felder bis hier hinterziehen. Und dann hier den ganzen Bereich füllen. Ah, könnte eng werden für die vierte Plantage. Für die dritte. Ah, reicht wahrscheinlich gerade so. Ah, passt. Gut. Mehr kriegen wir hier eh nicht mehr reingequetscht. Aber wir haben ja auch noch die Möglichkeit, zum späteren Zeitpunkt das Ganze hier drüben noch zu erweitern. Ähm, Kautschuk. Okay, wenn wir schon da sind, ne? Dann, ihr wisst ja Bescheid. Kriegen wir da noch einen reingequetscht? Geht das? Reicht das von der Modulanzahl hier? Kriegen wir das hier voll? Ja, passt. Okay. Und die werden wir hier nach unten entwickeln. Passt auch. Und einer noch. Okay. Ich denke mal, das sollte soweit passen. Ne, passt überhaupt nicht. Äh, ich sehe gerade, wir sind noch im Blaupausen-Modus. So, der hat ja noch ein paar Bretter an Bord. Dann wird das erst mal erledigt. Tabak-Problem sollte hoffentlich soweit gelöst sein. Kautschuk-Problematik, die bald aufkommen wird. Der haben wir direkt entgegengewirkt. Ja, das passt schon. Großzügig, wie eh und je. Das geht in Ordnung. Da geht was. So, was will ihr von mir? Nicht-Angriffspakt, nein. Haben wir im Übrigen auch jetzt... Also ich habe ja das Spiel mal eine ganze Weile laufen lassen, während eurer Abwesenheit vor der... Also vor der... Nach der letzten Folge suchen. Und die bieten mir alle in regelmäßigen Abständen halt irgendwie, ähm... Nicht-Angriffspakte, Friedensverträge und so an. Also nach den letzten militärischen Aktionen habe ich den Eindruck, die haben echt die Hose voll, die Leute. Die haben gesehen, dass wenn ich irgendwie gezwungen werde, dann mache ich schon ernst und... Ja, obere Ländereien und so weiter. Scheint ein bisschen Eindruck hinterlassen zu haben. Weil das haben sie lange Zeit nicht gemacht. Und das war schon auffällig. Nachdem ich die letzte Insel erobert habe, kamen sie alle an. Haben mir Geschenke gemacht. Haben mir also wirklich auch gute Verträge angeboten, sozusagen. Ich habe natürlich alles abgelehnt. Keinerlei Ambitionen mit irgendwem da jetzt... Aktuell irgendwie Friedensverträge oder... Nicht-Angriffspakt. Das ist ja eigentlich das Schlimme, weil dann kommt man halt echt nicht raus. Und wenn man dann tatsächlich gezwungen ist, mal wieder irgendwie Ländereien zu erobern, dann geht das halt nicht, wenn da irgendwie der fünf Stunden lange Nicht-Angriffspakt läuft. Deswegen, also das mache ich nicht mehr. Da lasse ich mich nicht mehr drauf ein. Das ist ja ein schlechter Scherz. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Schauen wir doch mal. Wie sieht es hier aus? Hochräder. Okay, aber das lag ja am Kautschuk, glaube ich. Da haben wir jetzt ein bisschen entgegengewirkt. Zigarren haben wir auch gerade eben entgegengewirkt. Also das sind jetzt aktuell tatsächlich die Dinge, die getan werden mussten. Naja, sollen wir vielleicht noch ein bisschen weiter entgegenwirken. Ich meine, jetzt haben wir hier noch ein paar Bretter und Arbeitskräfte sind auch noch frei, weil... Früher oder später wird das sowieso wieder zum Problem werden. Also machen wir hier direkt noch ein kleines Stückchen weiter. Hier nochmal zwei, wenn es überhaupt geht. Vom Platzangebot her könnte eng werden. Ah ne, passt schon. Die ist bast. So, da müssen wir aber auch zusehen, dass wir... Ah, Bretter schon wieder alle. Dass wir die Lagerhäuser ein bisschen upgraden, damit das Zeug auch abtransportiert wird. Da ist der Monitor, den nehmen wir jetzt schnell für den Transport hier. So, Bretter. Dass sie zumindest eine Stufe höher sind, um einen weiteren Transportkarren zu bekommen. Und dann kann man uns überlegen, wo machen wir dann mit den Plantagen weiter. Ich würde das halt schon mal... Brücken kann man auch nicht im Blaupausenmodus bauen. Das geht nicht. Glaube nicht. Na schön. Ja gut, okay. Ich habe jetzt keinen Bock zu warten, bis die Bretter da sind. Das muss erst mal genügen. Und den Rest mache ich einfach außerhalb der Aufnahme. Sprich, noch ein paar mehr von den... ...Tabakfarmenplantagen hier hinzubauen. Wobei, das ist jetzt eh schon... Das sollte für das Erste zumindest genügen. Dann wird demnächst hier die Zigarrenproduktion wieder hochgefahren. Und dann läuft das schon. Alles bereit. Muss ich halt ein bisschen einpendeln. Okay. Ähm... Na gut, was machen wir jetzt noch abschließend? Mit der angebrochenen Folge. Tabak erledigt. Kautschuk erledigt. Das wird dazu führen, dass wir bald ausreichend Hochräder haben. Kein Grund zu übertreiben. Aber... Und der Rest ist soweit, glaube ich, okay. Also... Ja, wenn ich es jetzt nochmal ein bisschen laufen lasse, die ganze Geschichte ein bisschen abwarte, bis sich die Lager hier füllen, dann können wir tatsächlich endlich mal wieder... ...die Stadt hier ein bisschen erweitern, beziehungsweise... ...die Stadt erweitern per se. Das können wir eigentlich jetzt schon machen. Ich würde sagen, wir ziehen abschließend nochmal irgendwie... Wir werden nochmal ein kleines... ...ein weiteres Viertel zuweisen. Ich meine, hier oben habe ich halt auch noch Bauplatz, was schon ganz cool ist. Wo bauen wir denn weiter? Hier sind halt auch noch Holzfäller irgendwie. Mehr oder weniger im Weg. Wie schaut es denn aus mit den Holzvorräten? Die sind ziemlich auf Anschlag. Da kann man hier zumindest mal zwei wegnehmen, würde ich sagen. Und nutzen das hier nochmal als ein kleines Wohnviertel. Machen wir mal so ein kleines... Machen wir mal ein gemischtes Wohnviertel draus. Hier haben wir es ja relativ bonzig mit den großen Grundstücken. Hier drüben wird es wieder relativ normal und bescheiden. Machen wir hier vielleicht so ein Mittelding. Wie groß sind die Grundstücke hier drüben? Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Machen wir hier vielleicht Fünferparzellen. Ja, so machen wir es. Genau. Dann füllen wir das hier noch ein bisschen mit Wohnviertel auf. Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Ah ja. Isigshow, Isigshow. Dann müssen wir gleich mal schauen, ob hier auch die Versorgungsgebäude alle noch in Reichweite sind. Das dürfte sogar ziemlich genau in der Mitte sein hier, oder? Ja, passt schon. Dann setzen wir hier noch ein paar Häuschen hin. Also kein dicht bebautes Gebiet, sondern einfach auch wieder relativ große Grundstücke mit netten Gärten. Das lassen wir vielleicht noch für irgendwas Administratives oder einen Park oder sowas übrig. Haben die hier alle einen Anschluss zum Markt. Das passt. Und dann lassen wir die auch direkt eine Stufe aufsteigen. Und wir können schon mal so ein bisschen weiter planen. Hm. Ja, den ganzen Bereich würde ich, glaube ich, auch fast zum Wohnviertel dann machen. Vielleicht auch nicht zu krass dicht besiedelt, aber... Dass zumindest noch ein bisschen Platz für Grünfläche bleibt. So in etwa würde ich die Straßen setzen. So, ungefähr so. Am vorläufigen Stadtrand angesiedelt. Der Stadtrand kann sich natürlich auch noch nach da oben verschieben. Was ich, glaube ich, auch ganz cool finde. Finde. Hier noch ein bisschen weiter hochzubauen. Na, gefällt mir, glaube ich, ganz gut, die Idee. So, schauen wir mal. Sind, wären die hier noch alle zufrieden? Wären die noch versorgt? Ich vermute mal, die sind jetzt außer Reichweite vom Marktplatz. Nee, wobei, das geht alles in Ordnung. Das funktioniert noch soweit. Die sind ein bisschen zu weit entfernt. Dann werden sie weggerissen. Kompletter Block kommt weg. So. Lassen wir ein bisschen schneller laufen. Da ist die Versorgung noch ein bisschen schlecht. Warum? Ist nur eine Frage der Zeit, oder? Weil Marktplatz ist in Reichweite. Die müssen sich das ganze Zeug halt jetzt erstmal holen. Wir können aber direkt noch hier auf vernünftige Straßen gehen. Zumindest die Hauptverbindungen und Zwecks der Optik können wir hier zwischen den Grundstücken vielleicht noch so ein bisschen Feldweg drin lassen. Das passt schon. Das ist natürlich auch nicht ganz ideal. Und rund um den Rummelplatz herum, da ziehen wir uns auch eine vernünftige Straße rein. Und hier würde ich auch... Da habe ich noch erstaunlich viele Feldwege hier drin, ne? Da werden wir ein bisschen aufrüsten hier. So, machen wir uns nochmal Licht an. So, zumindest so ein Grundgerüst. An befestigten Straßen. Und hier noch. So, das geht in Ordnung. Da dürfte es eigentlich jeden Moment so weit... Ah, Wirtshaus! Wirtshaus! Wichtiger Punkt natürlich. Sonst glaube ich, wird sich das Haus... Sonst sind die einfach unzufrieden hier. Das passt nicht. Okay. Bauern, Wirtshaus. Da stellen wir hier drüben einfach ein Wirtshaus hin. Das sollte ja hoffentlich das ganze Viertel hier abdecken. Ah ja, das passt schon. So, jetzt können wir die aber aufsteigen lassen hier, oder? Sehe ich das richtig? Zack. Passt. Die sind auch gleich so weit. Da nehmen wir auch gleich das ganze Viertel mit. Schauen wir mal, haben wir hier noch irgendwie einen Mangel oder so? Ne, alles gut. So, da fehlen noch ein, zwei grüne Pfeile. Auf geht's. Okay. Jetzt können wir das ganze Viertel hier aufsteigen lassen. Bis auf den einen. So, der fehlt noch. Okay. Und ich würde sogar noch... Weil das ist ja schon alles relativ gehoben hier. Arbeiterklasse ist immer noch so ein bisschen... Bisschen wenig, ne? Schauen wir mal, was brauchen die denn sonst noch so zur Zufriedenheit? Ist da alles... Tatsächlich ja alles abgedeckt. Also weitere Gebäude brauchen sie scheinbar nicht. Nö, das sollte alles passen. Das wird sich alles schön füllen. Und hier drüben... Kirche und so weiter. Alles in Reichweite. Okay, passt. Gut, dann kann man das bei Gelegenheit alles noch ein bisschen aufwerten. Und dann sind wir hier... Haben wir uns schon wieder ein Stückchen weiter hier hoch gebastelt. Ich meine, zur Not kriegen wir hier auch noch eine Reihe reingequetscht. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Schauen wir doch mal. Hier könnte man noch ein bisschen was ansiedeln. Hier drüben... Ja, das würde ich dann eher noch für Produktion frei halten. Hier ist eh schon alles voll gebaut. Hier haben wir das große Industrieviertel. Ja, dann... Also nicht mehr so lange. Und dann werden wir sowieso zusehen, dass wir uns hier weiter auf den Berg hoch basteln. Da kommen wir ja nicht drum rum. Ich denke mal, dass das hier auch alles irgendwie Wohngebiet sein wird dann irgendwann. Das stelle ich mir schon ganz cool vor. Hier oben auch noch ein bisschen Stadt zu haben. Weil gerade dann auch, wenn es Nacht ist, wenn dann da oben auch irgendwie alles so ein bisschen beleuchtet ist, stelle ich mir schon ganz nett vor. Ich glaube, das ist gar keine so... Gar keine so schlechte Idee. Na gut. Gesamteinwohnerzahl. Das hat jetzt natürlich nicht allzu viel gebracht. Das kommt dann erst, wenn die Gebäude hier ein bisschen weiter aufgestiegen sind. Und... Oh, ich sehe gerade. Aber Arzt ist schon vor Ort, oder? Okay, mach mal abschließend noch unseren traditionellen Spaziergang, den ich jetzt auch nicht immer eingebaut habe. Aber egal. Lass uns hier nochmal bei den leidenden Bürgern blicken. Ich bin einfach ein guter Bürgermeister. Ja, Leute. Das passt. Dann fetzen wir hier nochmal hoch. In die etwas bessere Wohngegend. Darf ich? Danke. Lass uns hier auch nochmal blicken. Bei dem Kollegen... Bei den Kollegen, bei den Bewohnern mit dem Spitzensteuersatz hier. So. Neu dazugekommenes Viertel. Auf Dekoarbeit habe ich jetzt einfach keinen Bock. Aber das werden wir natürlich auch noch ein bisschen netter gestalten hier. Wenn die mal in der Handwerkerklasse angekommen sind. Ah ja. Wächst und gedeiht. Nett haben sie es hier. Nette Nachbarschaft. Schön ruhig. Netter Blick auch über die Stadt. Ja. Was ist denn da los eigentlich? Ach, das ist die Uni, oder? Das müsste... Ich glaube, das ist die Uni. Lauter gut gebildete Sims. Wir werden sie brauchen. Hier haben wir das Varieté. Ich glaube, wir gehen nochmal aufs Riesenrad abschließend, oder? Wenn ich das gerade finde, auf die Schnelle. Wir haben doch hier irgendwo in der Ecke auch ein Riesenradzug. Ah, da drüben. Da ist der kleine Rummelplatz. Mit schönem Ausblick über die Stadt. Da lassen wir die Folge dann standesgemäß enden. Und wie gesagt. In der nächsten Folge wird sich das hoffentlich dann alles mal stabilisiert haben. Dass wir wirklich endlich mal alle Bedürfnisse seit langer Zeit mal wieder gedeckt haben. Und dann können wir tatsächlich drüber nachdenken, im Stadtzentrum ein bisschen weiter zu machen. Und die Häuser, die halt wirklich viel bringen, dann nochmal aufzuwerten. Mehr Investoren einziehen zu lassen. Werden wir auch über kurz oder lang gar nicht drum rum kommen. Weil das mit den Einflusspunkten ist jetzt schon auch wieder ein bisschen runtergegangen. Durch die unwahrscheinlich vielen Handelsschiffe, die ich bauen musste. Ja, das ist mal so die Marschroute, denke ich mal, für die nächsten paar Folgen. So, hier nochmal eingestiegen. Nehmen wir nochmal Platz. Anhalten. Mit Linksklick. Okay. So schaut's aus, Freunde. Hier in Crown Falls. Gut. Dann sind wir durch für heute. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut. Lasst euch nicht ärgern. Und bis zum nächsten Mal. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Und bis zum nächsten Mal.